Guten Morgen. Weiter geht's. Hier hinten drin haben wir geschlafen, hier im Gemeindehaus. Wirklich fantastisch, ne? Ja, Betten da, Heizung eigen, Küche alles, Dusche. Allein im Bett. Nicht auf der Isomatte. Die Isomatte, ne? Das ist allein schon ein Traum. Auch sehr nett hier empfangen worden gestern wieder vom Pastor. Der wohnt da noch nicht so weit weg. Der wohnt da. Jetzt geht's weiter Richtung Celle, würde ich sagen. Oh, unser Ziel heute. Geiles Wetter, total windstill wieder, eiskalt zwar, aber richtig schön. Also auf jeden Morgen. Buon Camino. Auf geht's Leute. Hier sind wir an der Gedenkstätte, wo 1998 das schwere Zugunglück von Eschede war. Schon ein bisschen bedrückend. Musik Hier am Bahnübergang oder an den Bahnübergang, Anscheinend sind 1998 101 Menschen gestorben. Für jeden Menschen, der hier gestorben ist, steht hier ein Baum. Boah, das ist schon bedrückend. Das ist schon echt... Puh. Kann man froh sein über jeden Tag, den man leben darf. Ich bin seasher, der hier ist schon immer wieder. Ich bin娘, der hier ist schon ein Baum. Ich bin besagt, wie immer noch einen Baum. Und manchmal auch ein Baum. Ich bin ans politicians, das ist schon ein Baum. Ich bin einsam. Und ich bin versuchte, dass ihr zusammen playen. Ich bin besagt, dass wir da zwei anderen Haare kommen. Aber das ist schon gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020